Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Vega 069 Im März 2020 erschien mit Locke das letzte Album von Vega. Der Albumtitel 069 bezieht sich auf die Vorwahl von Frankfurt. Jetzt steht das siebte Album des Frankfurters an. 069 beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Casper, Haftbefehl und Samra. Das Album kommt über Urban und erscheint als Box. Haftar Wenn es einen Rapper gibt, der aus scheinbaren Belanglosigkeiten Geschäftsideen entwickelt, dann ist es Haftar. Nachdem schon das Köftespieß Zitat zu einer Imbisskette wurde, kommt nun das nächste Projekt, welches aus einem anfänglichen Meme entstanden ist. Der Albumtitel ist im Geräusch nachempfunden, welches entsteht, wenn Geldscheine durch die Zählmaschine rattern. Kommt mit 12 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Bones MC, Jesus und CEO. Das Release kommt über alles oder nix Records und erscheint als Box und auch als Bundle. Audio 88 und Yesin Todesliste Das letzte Release der beiden, Halleluja, erschien im Juni 2016 und liegt somit schon mehr als 4 Jahre zurück. Die letzten Jahre veröffentlichten Audio 88 und Yesin dann jeweils diverse Solo-Releases. Jetzt steht das nächste Collabo-Album der beiden an. Todesliste beinhaltet 13 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Nura. Das Release kommt über normale Musik und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.